Mal gucken, was uns die Katze heute vor der Tür gelegt hat, nicht? Bisschen schnell, nicht? Das ist nämlich schon fies. Wach werden hier. Jetzt zieht sie aber hier die rechts ein bisschen. 17 Grad, 70 Kilometer, es geht etwas in die Berge. Das kann nämlich dann auch immer ganz schnell eskalieren hier in den Bergen. Das ist dann doch immer besser, wenn man zu zweit unterwegs ist, nicht? Aber jetzt geht es hier noch ein bisschen den Berg hoch. Ein After, Scenic View. Ist das geil? Auch mal flirten lassen. Ja, und grob in die Richtung da hinten fahren wir heute. Sierra irgendwas. Ist ja klar, wie soll es sonst heißen? Da irgendwo war ich schon mal. Das ist auch sehr geil. Sierra Espuna. Aber wie soll ich denn hier schon wieder fahren? Warte, warte! Also da die Berge. Da hinten irgendwo wohnen wir. Wir. Le KTM und Moll. Ja, so kann sich das natürlich hier ein bisschen ziehen, nicht? Ich hätte da was angehalten. Celebratione, la Estacion. Oh Gott. Das ist richtig Bock hat der nicht. Uh, hier ist der Richard los, ja. Das ist hier der Weg, ja? Der offizielle. Das ist hier die Straße dahin. Auf jeden Fall. Ich hab's ja ahnt, der nicht richtig drin war. Nee, auch mal entspannt fahren. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Ruch mal entspannt machen. Ruch mal schön mit 90 so. Alles easy. So, wir können ja hier raus. Ja geil, Alter! Huertas del Orca. Oh, schön. 2009. Ja, ist ja richtig historisch hier alles. Ja, gut. Die brauchen hier aber auch so einen Bogen, ey. Sonst ist ja hier nicht so doll, ne? Oh, 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 oh. Wuuu. Barberia. De Suizo. 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 Materiales de Contruzione. Klassische Konstruktionsmaterial. Man kennt es. Flamenco, wa? Oh, oh, oh. Oh, oh. Fleisch vom Bruder. Wo? Bruder. Ha, 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 ha. Bruder, Alter. Läuft heute schon wieder hier. Kaffee Zürich wahrscheinlich. Turbodiesel. Dann drücken wir mal drauf da auf den Netzschalter. Alter. Hallo. Tja, ist halt Winter hier oben, nicht? Trostlos aus. Ist ja auch nicht wenig unwendig. Hochglanz. Zaun in Schwarz. Ne, warum nicht? Neunhundert Meter jetzt schon. Boah. 1075 Meter hoch. Ist ja nice, ey. Boah. Ist ja geil. Uh, eine Burg. Boah. Ist ja nett. Krass. Ist ja echt der Hammer. Geil. Boah. Oh, ja. 14 Grad. Ne, schön. Kommt so eine leichte Frische gerade auf. Äh, hä? Hier runter? Wo will er denn hin? Da ist ein Schloss da oben drauf. Ist ja der Hammer. Geil. Boah. Ist ja geisterkrank. Na, sag mal mehr. Heißt, ja, auf. Hier, sein Schwarz. Hier, sein Schwarzschatz. Und dann, ist ja noch nicht. An, na, na. Stausch. Ja, so ist ja noch nie möglich. Schwarzschutz. Oh, das ist gar nicht möglich. Ja, jetzt bin ich ja auch noch nicht immer wieder. Es geht alles. Tobey. Bis so. Schönen Hund erstmal, da bist du dann auch nicht so, aber der blieb ruhig. Die rennt ihr dann einfach völlig geisteskrank hinterher. Alter, hab ich mich erschrocken. Erstmal nur eine Vogelscheuche. Da auch. Wo sind wir denn jetzt hier? Das eskaliert doch hier schon wieder. Das ist Mitek übrigens. Mit eskalieren. Genau das, was ich suche. Alleine ist das echt nochmal ein bisschen strange. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.